Hallo meine Freunde, kurz auf den Post. Die Ex-Freunde von diesem Hustensaft, die Jüngling, die Selina, macht wohl auf Instagram, hat sie eine Frage beantwortet. Wo ein User wollte wissen, wie viele Rapper mit ihr schlafen wollen. Und sie hofft, alle wollen mit ihr schlafen. Und nochmal, es sieht nicht schlecht aus. Keine Frage, Mann. Aussehen, gönnerhaft, meine Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Sieht gut aus. Aber nicht jeder ist so auf Aussehen fokussiert, versteht ihr meine Freunde? Was langfristig ist, ist immer Charakter, Leute. Weil was bringt dir eine Barbie, wenn du mit ihr keine Gespräche führen kannst, meine Freunde? Dann gibt es halt nur dieses eine Knickknack und das war es dann, meine Freunde. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen Gesprächskultur, ein bisschen Reden und so, muss schon drin sein. Oder ein bisschen was anderes machen, als immer noch Knicker. Macht Spaß, Leute. Aber irgendwann brennt die Lunte und dann geht es halt nicht mehr. Ihr wisst doch, was ich meine. Deshalb nicht immer auf Oberfläche gucken, Leute. Das Innere ist auch einiges wert, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, meine Freunde, es ist fast wie du für meinen Bus. Aber nicht gleich, ich vergesse meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.